Guten Tag, ich begrüsse Sie ganz herzlich zu unserer Blockchain-Vorlesung. Mein Name ist Thomas Bocek und in diesem Jahr befassen wir uns in der zweiten Vorlesung, wie auch bereits im letzten Jahr, mit der Repetition rund um Bitcoin und Ethereum. Und das sollte euch einen Einstieg geben in die Blockchain-Welt. Und zwar habe ich in der Vorlesung 10, haben wir mit Bitcoin gestartet. Bitcoin als experimentelle Währung. Für mich ist es immer noch experimentell, aber halt ein sehr erfolgreiches Experiment. Der erste Bitcoin wurde am 3. Januar 2009 gemeint. Das sieht man oder erstellt, das sieht man in diesem Blog hier. Da sieht man auch die Headline Chancellor on Brink of Second Pailout for Banks. Das war während der Bankenkrise. Das ist die Headline der Times. Und da wurde der erste Blog erstellt am 3. Januar. Und die Ringe, die diesen Blog erstellt hat, hat eine Belohnung bekommen von 50 Bitcoins. Und die Bitcoins, die kann man aufteilen. Das heisst, man muss nicht ganze Bitcoins herumschicken. Man kann auch kleinere Teile oder kleinere Einheiten herumschicken. Die kleinste Einheit heisst Satoshi. Es gibt hier 8 Nachkommastellen. Und das heisst, man kann auch kleinere Beträge herumschicken. Eine weitere wichtige Charakteristik ist, dass es ein Maximum an Bitcoins gibt. Das ist fix einprogrammiert. Sollte sich nichts ändern, dann bleibt das so. Und es wird alle 210.000 Blöcke, wird dieser Mining Reward halbiert. Bis man sich dann an die Grenze von 21 Millionen Bitcoins annähert. Und das heisst, mehr als 21 Millionen Bitcoins wird es im System nicht geben. Es ist ein bisschen weniger als 21 Millionen. Es ist dieser Betrag hier, also fast 21 Millionen. Und diese Grenze eben kann nicht überschritten werden. Bei Bitcoin gibt es den Proof of Work. Das ist, um Double Spending zu verhindern. Hier berechnet man eine partielle Hash-Kollision. Das ist sehr schwierig auszurechnen, aber sehr einfach zu überprüfen, ob es stimmt oder nicht. Und durch diesen Einsatz von Rechenaufwand kann man verhindern, oder man macht ein Double Spending dann so teuer, dass es sich eben nicht lohnt, in diesem System zu Double Spenden. Und derjenige, der es gemacht hat, Satoshi Nakamoto, ist nicht bekannt, wer es ist. Es wird natürlich stark spekuliert, wer es sein könnte. Zum Beispiel, der New Yorker glaubt, dass es Michael Clear gewesen ist, weil anhand von Textpassagen, die analysiert worden sind, anhand von linguistischen Hinweisen, könnte er es gewesen sein. Es gab noch eine zweite Möglichkeit. Fast Company, die hat wieder andere Kandidaten, die sie als Satoshi Nakamoto sehen. Es gibt ganz viele andere Namen, darunter dann auch Craig Wright. Der hat dann öffentlich gesagt, ja, er ist Satoshi Nakamoto, aber konnte es auch nie beweisen. So ein Beweis wäre eigentlich relativ einfach, weil Satoshi Nakamoto, der hat am Anfang, als er das System gebaut hat, selber gemeint. Und er hat dann eine Analyse gemacht und festgestellt, dass circa eine Million Bitcoins in einem Besitz sein sollten. Und mit diesem Schlüssel könnte man jetzt irgendeinen Text signieren und zu beweisen, dass man im Besitz dieses Schlüssels ist. Aber konnte er nicht. Er behauptet zwar immer noch, aber eben beweisen kann er es nicht. Dann ganz speziell, dieser hier, Dorian Satoshi Nakamoto. Das war von Newsweek. Die haben gedacht, ja, weil er vielleicht gleich heisst, könnte das dieser Mensch sein. Er hat das dann umgehend dann dementiert. Genau, das habe ich erwähnt. Das ist die Analyse hier. Und hier wurde dann, kann man zum Schluss, dass er ungefähr eine Million Bitcoin besitzen soll. Und eben, wenn man diese Schlüssel dazu hat, zum ersten Block oder zu den ersten 100 Blöcken, dann kann man relativ einfach beweisen, dass man Satoshi Nakamoto ist. Craig Wright hat das, wie gesagt, nicht gemacht. Bei Bitcoin, dort vertraut man nicht den Akteuren, sondern vertraut den Zahlen, und zwar der Kryptografie. Man verwendet dort asymmetrische Kryptografie. Die Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk, die sind teilweise anonym. Wenn man es richtig macht, kann man anonym bleiben. Aber wenn man eben genügend Hinweise hat, kann man mit sogenannten Clustering herausfinden, wer welche Wallet oder welche Adressen zu welcher Wallet gehört. Hier ein guter Artikel darüber. Und so eine Clustering-Webseite ist zum Beispiel Wallet Explorer. Und hier sieht man zum Beispiel von Exchanges, von Kraken. Das sind die Adressen von Kraken. Und da sieht man, wie viele Bitcoins sie drauf haben. Das kann man mit anderen Adressen ebenfalls machen. Und wenn man so eine Adresse dann irgendwo auf den sozialen Medien postet, oder eine Adresse mit einer Person in Verbindung gebracht werden kann, dann kann man alle Adressen dieser Wallets dann dieser Person zuordnen und so quasi diese Person dann de-anonymisieren. Es gibt aber andere Chains, die sind besser, um die Transaktionen anonym zu gestalten. Das ist zum Beispiel Zcash oder Monero. Dort schaut man drauf, dass man dann nicht herausfinden kann, wer welche Transaktion getätigt hat. Die Bitcoin-Blockchain wird nicht von einer zentralen Einheit gesteuert. Nicht so wie eine Zentralbank. Und auch wenn man jetzt nicht einverstanden ist mit der Entwicklung von Bitcoin, dann kann man diese Blockchain-Forken und seine eigene Chain machen, wie das zum Beispiel auch passiert ist mit Bitcoin Cash oder Bitcoin Satoshi Vision. Das sind Forks, weil man gedacht hat, ja, wir machen es besser. Und wenn man dann genügend, eine genügend grosse Community hat, dann kann man das auch durchziehen. Bitcoin wird auch weiterentwickelt in sogenannten Bitcoin Improvement Proposals. Das sind diese Proposals hier. Und die Entwicklung, die ist aber eher längsamer als mit anderen vergleichbaren Chains. Hat aber auch den Vorteil, dass Bitcoin eigentlich nie ausgefallen ist, dass es immer funktioniert. Ähnlich wie bei Ethereum. Andere Chains, zum Beispiel Solana oder diverse andere Chains, dort liest man dann immer wieder, dass jetzt die Chain angehalten worden ist, weil man irgendetwas flicken muss. Dort ist man dann schneller unterwegs. Das heisst, man implementiert neue Features, testet Sachen aus. Und bei Bitcoin schaut man, dass eben alles stabil bleibt. Deshalb fühlt es sich so an, als sei oder wird die Bitcoin Blockchain nur langsam weiterentwickelt. Die USA und die Schweiz, die sind Bitcoin-friendly oder Kryptowährung-friendly. China eher nicht. Die Türkei auch nicht. Aber eben in der Schweiz mit dem Kryptowährung, da sind wir relativ gut aufgestellt. Wie schon erwähnt, wir verwenden Public und Private Keys. Diese Public und Private Keys, die werden in einer Wallet gespeichert. Wir haben zum Beispiel uns Metamask angeschaut. Metamask ist so eine Wallet. Das heisst, dort werden Public und Private Keys verwaltet. Und wenn man zum Beispiel eine Adresse haben möchte, eine Bitcoin-Adresse, dann erstellt man ein Schlüsselpaar. Und die Adresse, die berechnet sich aus dem Hash des Public Keys. Man macht zwei Hashes, also mit SHA-256 und RIPE-MD-160. Und dann enkodiert man das mit Base-58. Und das ist dann mehr oder weniger eine Bitcoin-Adresse. Und da kann man dann Geld hinschicken. Und den privaten Schlüssel braucht man, um zu beweisen, dass man auf Coins zugreifen kann und eine Transaktion tätigen kann. Und diese Transaktionen beinhalten dann ein Input-Output. Von woher kommt es? Wohin geht es? Und das woher kommt es? Das muss eben mit einer gültigen Signatur hinterlegt werden. Denn nur so ist eine Transaktion gültig. Und so eine Transaktion wird dann gebroadcastet an alle Peers, an alle Miners. Die sammeln diese Transaktionen, fügen sie zu einem Block hinzu und dort lösen sie ein Crypto-Puzzle. Für das Lösen bekommen sie dann auch entsprechend eine Belohnung. Eben wie gesagt, gestartet hat man hier mit 50 Bitcoins und alle 210.000 Blöcke wird das halbiert. Danach bekommt man noch 25, dann 12,5, dann 6,75 und so weiter. In Bitcoin wird ungefähr alle 10 Minuten ein Block erstellt. Diese Zeit ist einprogrammiert und wenn man sieht, es geht schneller zum Beispiel, dann wird die Difficulty dieses Crypto-Puzzles erhöht. Wenn man sieht, es geht zu langsam, dann wird die Difficulty dieses Crypto-Puzzles dann verkleinert. Und so funktioniert das Ganze. Wir haben sogenannte UTXOs, Unspent Transaction Outputs. Das heisst, dort muss ich sagen, woher kommen die Bitcoins. Die dürfen auch noch nicht verwendet worden sein. Und ich kann dann sagen, wohin sollen sie dann gehen. Bei diesem Beispiel haben wir User A, User B. Da will man jetzt 10 Bitcoins schicken. Und die Wallet von User A sieht wie folgt aus. Wir haben Zugriff auf 4 Unspent Transaction Outputs. Das heisst, über die können wir verfügen, weil wir den entsprechenden Private Key dazu haben. Der User B hat ebenfalls eine Wallet, hat ebenfalls ein bisschen Geld drauf. Und was wir jetzt nun machen ist, wir erstellen eine Transaktion. Sagen, wir nehmen diese 4,4. Nehmen diese zweite, also wir verwenden zwei Unspent Transaction Outputs. Fügen sie hier zu dieser Transaktion und sagen dann, wohin es gehen sollte. Und was dann passiert ist, User B hat dann einen neuen UTXO mit dem Wert 10. Das heisst, User B kann dann über diese Coins ebenfalls verfügen und eine Transaktion erstellen und diese dann irgendwo hinschicken. Bitcoin kennt auch eine Skript Sprache und zwar ist die relativ einfach. Man kann aber doch noch den einen oder anderen Use Case abdecken, wie zum Beispiel Escrow Accounts oder Payment Channels. Was man aber zum Beispiel nicht machen kann, ist man hat keine Loops drin. Etwas, das jetzt nicht terminiert, kann zum Beispiel Bitcoin nicht handeln. Das ist auch einer der großen Unterschiede von Bitcoin zu Ethereum. Wenn man jetzt eine Transaktion bei Bitcoin tätigt, dann muss man auch eine Transaction Fee zahlen und die Transaction Fee, die bezieht sich auf die Größe der Transaktion. Je grösser die Transaktion in Bytes gemessen, desto teurer wird sie. Das ist bei Bitcoin der Fall. Und bei Ethereum, dort kann ja so ein Smart Contract super klein sein mit einer Endloslaufe. kann das dann eigentlich sehr viel Aufwand generieren und dort zahlt man dann pro Opcode einen gewissen Betrag und so setzt sich dann diese Transaction Fee zusammen. Also das ist ein grosser Unterschied von Ethereum und Bitcoin. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Wir haben einen Block, wir haben Transaktionen in einem Block. Der Proof of Work, komme ich später dazu noch. Das ist eben das Crypto-Puzzle, das man lösen muss. Und wichtig ist eben, dass der Block einen Pointer zum vorherigen Block hat. Und deshalb ist es eine Kette von Blöcken und deshalb nennt man das auch eine Blockchain. Wie das mit der partiellen Hash-Kollision funktioniert, kann ich euch hier zeigen. Das ist auf der Webseite dsl.i.ost.ch. Hier habe ich einen Block und da habe ich jetzt Transaktionsdaten drin. Mit der NONS starten wir mal bei 0. Wir sehen, es endet die Farbe, Transaktion A1 von A nach B, zum Beispiel 2 Bitcoin. Und was man jetzt bei diesem Crypto-Puzzle machen muss, ist, man muss eine Hash über diesen ganzen Bereich hier ausrechnen. Das sieht man hier unten. Und die Aufgabe ist es, so ein Hash zu finden, die vorne eine gewisse Anzahl an Nullen hat. Das heisst, was jetzt ein Miner macht, ist, er nimmt diese Transaktion. Hier hat man wahrscheinlich noch weitere Transaktionen drin, von C nach D. Das sind 4 Bitcoin. Das ist dann sein Block und der Miner geht nun durch und erhöht hier jeweils die NONS. Man sieht, der Hash wird verändert und es wird dann immer überprüft, hat es hier genügend Bits vorne auf 0, damit ich das Rätsel lösen kann. In diesem Beispiel suchen wir jetzt eine partielle Hash-Kollision, wo man vier Nullen am Anfang hat. Und man sieht, da muss man einiges... Ah, hier hatte ich jetzt eins, aber das ist eine Null. Und wir lassen das einfach mal laufen. Und wir sehen, nach 5000 Mal die Hash durchgerechnet, haben wir eine Hash gefunden, die vorne hier vier Nullen hat. Sobald ich das ein bisschen mit der abändere, kann ich jetzt nochmals meinen, hier hatten wir ein bisschen länger gebraucht. Hier hatten wir jetzt 40.000 Mal diese Hash ausgerechnet, bis wir eine NONS gefunden haben, welches in einer Hash resultiert, wo man vorne vier Nullen hat. Und jetzt haben wir 42.000 Mal die SHA-256-Hash ausgerechnet. Wenn man so etwas gefunden hat, dieses Crypto-Puzzle gelöst hat, dann bekommt man eine Belohnung. Und das ist eigentlich alles, was die Miner machen. Die machen nichts weiter, als diese Hashes ausrechnen. Und das ist auch sehr energieaufwendig. Das heisst, dort wird auch sehr viel Strom verbraucht. Angefangen eben Satoshi Nakamoto hat das mit seinem normalen PC gemacht. Dann kamen die Grafikkarten, weil die das schneller berechnen konnten. Und mittlerweile gibt es dedizierte Hardware, sogenannte ASIC Miners, die nur nichts anderes machen, als eben diese Hash ausrechnen. ASIC Miners, zum Beispiel Bitmain ist so ein Anbieter. Kann man auch auf Amazon kaufen, für 1.800 US-Dollar kann man sich so einen Bitcoin-Miner kaufen. Und die machen nichts weiter, als eben diese Hashes ausrechnen. Hashes ausrechnen, so schnell wie möglich, damit sie eben genügend große Anzahl an Nullen haben in dieser Hash. Und wenn die Anzahl der Nullen genügend groß ist, kann man diesen Hash, dann kann man diesen Block publizieren. Und man bekommt dann die Belohnung. Genau, da könnt ihr euch noch ein paar Videos anschauen. Das sind die aktuellen Miner, welche jetzt noch verkauft werden aus der aktuellen. Ein aktueller ist der Endminer S9. Und da wird auch immer weiterentwickelt. So hat das mal früher ausgesehen. Das ist noch mit Grafikkarten. Das ist auch relativ wenig. Da hat man wenig Durchsatz. Und zwar kann man hier 1340 Megahashes pro Sekunde damit ausrechnen, durchtesten. Und mittlerweile sieht es dann, eine Mining-Form sieht dann wie folgt aus. Suche ich noch ganz kurz, weil das finde ich noch eindrücklich. Bitcoin-Mining-Form. Das sieht dann so aus. Hier zum Beispiel, hier hat es überall eben diese Miner drin. Und eben die machen nichts anderes als diese Hashes ausrechnen, damit dieses Crypto-Puzzle gelöst werden kann. Gut, das ist eine Schnelldurchgang, Einführung in Bitcoin. Was auch ganz wichtig ist, ist die 51%-Attacke, wie die funktioniert. Denn wenn man 51% der CPU-Power hat oder generell 51% auch, wenn man jetzt Proof-of-Stake hat, der Staking-Power hat, dann kann man anfangen, Transaktionen auszuschliessen und Double-Spending zu betreiben. Das ist natürlich bekannt. Das wurde auch schon im Bitcoin-Paper so beschrieben. Das ist hier beschrieben. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann hat man ein Problem. Und in dieser Vorlesung haben wir angeschaut, wie das genau funktioniert. Und zwar haben wir da wieder ein Beispiel mit einem Block. Da haben wir Transaktionen drin. Hier überweisen wir von A nach B 10 Coins, von E nach H 15 Coins. Das ist unser Proof-of-Work oder irgendein Proof, den wir hier errechnen. Und X ist hier eine Exchange und die wollen wir nun Double-Spenden. Respektive F möchte hier Double-Spenden. Was man jetzt machen kann ist, also F kann an X irgendetwas, also diese Coins schicken, diese 15 Coins. Es wird in den Block aufgenommen und was jetzt der Angreifer machen kann ist, er erstellt ebenfalls einen Block, wo dann diese 15 Coins nicht an die Exchange gehen, sondern wieder an sich selber. Oder man kann sie eigentlich komplett weglassen. Und wenn es dann zweiter Block kommt, dann hat man eine sogenannte One-Block-Confirmation. Das heisst, die Tiefe hier ist ein Block tief und wenn diese Exchange sagt, ja das genügt mir als Sicherheit, dann könnte zum Beispiel diese Exchange, diese 15 Coins dann auszahlen und mir zukommen lassen, mir zuschicken lassen. Oder ich kann damit irgendetwas kaufen, ich bekomme dann das Produkt. Und die Exchange meint oder hat das Gefühl, sie ist im Besitz dieser 15 Coins. Was jetzt aber der Angreifer macht, ist eben mit diesen 51% ist, er generiert weitere Blöcke, die können dann die gleichen Daten beinhalten. Wichtig ist, dass er einfach schneller ist, respektive mehr Blöcke erstellen kann. Und in der Blockchain gilt, die längste Chain gewinnt. Das heisst, wenn er diese dann publiziert, diese Chain, dann werden diese Blöcke nicht mehr in der aktuellen Chain drin sein. Das heisst, F hat seine 15 Coins gar nicht erhalten, hat aber möglicherweise schon eben diesen Betrag in einer anderen Währung bereits überwiesen. Und der Angreifer F kann dann diese 15 Coins für etwas anderes verwenden. Und so kann man ein Double Spending dann machen. Solche Angriffe passieren auch ab und zu, jetzt nicht für die grossen Chains, eher für die kleinen Chains, wo man nicht so eine grosse Hashing Power hat. Und was natürlich auch immer besonders gefährlich ist, sind die Pools, wo man sich zusammenschließt. Hier, wenn Sie jetzt zum Beispiel diese drei oder diese vier Pools, Endpool, via BTC Pool in F2 Pool, wenn Sie sich zusammenschließen würden, könnten Sie auch eine Double Spend Attacke machen. Machen Sie natürlich nicht, weil dann würden Sie sich selber ins Bein schiessen, aber eben könnte man machen. Und solche 51% Angriffe, die wurden auch schon getätigt. Eben bei kleineren, wie zum Beispiel bei Bitcoin Satoshi Vision, das ist ein Fork von Bitcoin. Dort hat man dann das beobachten können. Solche 51% Angriffe, wo man dann eben Transaktionen irgendwie überwiesen hat, dann eine längere Chain gemacht hat, diese Transaktion wieder rausgenommen in so einem genannten Chain Reorder. Ein Chain Reorder, da spricht man eben davon, wenn man diese Chain hat, dann kommt eine längere Chain, dann gibt es einen sogenannten Chain Reorder, wo eben diese Transaktionen und diese Blöcke dann rausfliegen. Bei Ethereum Classic gab es ebenfalls. Bei DeFi, also eben, es passiert nicht so häufig, nicht bei den grossen Chains, aber es passiert. Als nächstes haben wir uns mit Ethereum auseinandergesetzt. Dort eben gesehen, dass es eine generische Programmiersprache, dass man Smart Contracts mit einer sogenannten Turing Complete Language erstellen kann, die eben Loops beinhaltet. Und dort wird eben dann pro Opcode abgerechnet, wie teuer etwas gewesen ist. Das ist der Gründer, anders wie bei, oder Mitgründer, anders wie bei Bitcoin, wo man eben Satoshi Nakamoto nicht kennt. Vitalik Buterin, ihn kennt man, er tritt auch immer wieder auf, auf Kryptokonferenzen. Er ist relativ bekannt in dieser ganzen Szene. Beim Mining Award, dort gibt es alle 12, 13 Sekunden, früher war es noch ein bisschen länger, gibt es zwei Ethers, Always, es wird keine Halbierung gemacht, aber man hat auch initial im allerersten Netzwerk mit fünf Ethers gestartet, hat es reduziert, jetzt ist man bei zwei. Das heisst, hier entscheidet dann die Entwickler-Community, was das Mining oder wie gross das Mining dann sein sollte. Bezüglich der Blockzeit, da gibt es auch noch einen interessanten Effekt, und zwar jedes Mal, wenn das Netzwerk abgegradet wird. Dann gibt es eine sogenannte Ice Age, das ist hier erklärt. What is the Ice Age? Damit wird während dem Fork die Chain Read Only gemacht. Hier sieht man dann, wie die Blockzeit steigt, weil eben die Difficulty exponentiell ansteigt, und hier nach dem Fork wird man diese Difficulty-Bomb wieder quasi entschärfen, und man hat wieder normale Blockzeiten. Und die Idee dahinter ist, dass bei der alten Chain, dass das Erstellen von Blöcken so exorbitant teuer ist, dass man es eben nicht macht. Man kann die Blöcke zwar noch lesen, also noch lesen zugreifen, aber eben schreiben kann man dann nichts mehr. Das heisst, diejenigen, die nicht auf das neue Protokoll umsteigen, können dann nichts mehr dieser Blockchain hinzufügen. Die Smart Contracts, die sind Turing Complete. Man hat dann gewisse Upcodes, die man verwenden kann. Im Beispiel in diesem ZKB Talk habe ich ja dann die Upcodes gezeigt. Die kann ich auch hier zeigen, bei einem Contract, was hier dann aufgerufen wird. Hier sieht man, wird etwas auf den Stack gepusht, da wird auf Equality überprüft, irgendwo wird dann hier gejumpt. Es wird sicher auch noch irgendwo etwas gerechnet. Hier wird im Stack etwas geswappt, hier wird etwas hinzugefügt. Das kostet alles. Das sieht man hier, die Gas-Kost, wie teuer diese Operation ist. Viele sind relativ günstig, mit 12, mit 10. Dann gibt es aber auch sehr teure. Hier eine mit 200. Das ist ein S-Load. Das heisst, wenn man irgendetwas vom State, vom Smart Contract lädt, dann muss man 200 Gas dafür bezahlen. Und was noch viel, viel, viel teurer ist, ist ein Store. Das kostet 5.000 Gas. Und beschrieben ist das Ganze hier in diesem Yellow Paper. Da kann man auch danach suchen. Yellow Paper, Ethereum. Und dann kommt das Paper von Gavin Wood. Das ist das hier. Und irgendwo hier unten steht dann, wie teuer was ist. Da gibt es auch weitere, ganz viele spannende Definitionen. Zum Beispiel, Very low, das kostet wenig Gas. Eine Addition, eine Subtraktion, ein Not. Very low, very low kostet hier drei Gas. Was teuer ist. Zum Beispiel, wenn man Sachen speichern möchte. Hier ein Set, je nachdem, wie man etwas speichert, bis zu 20.000 Gas. Das ist dann relativ teuer. Und wenn man diesen Smart Contract dann durchläuft, dann zählt man eben, wie viel Gas, das es gebraucht hat. Und mit dem Gas Price kann man dann herausfinden, was man an Gebühren zahlen muss, an Transaction Fees zahlen muss. Es gibt einen sogenannten Gas Price. Das sieht man, hier Gas Price, Ethereum Gas Tracker. Hier sieht man, dass man zum Beispiel 8 Quay pro Gas zahlen muss. Quay ist eine untere Einheit von Ethereum. Ethereum hat nicht wie Bitcoin 8 Nachkommastellen, sondern 18 Nachkommastellen. Und das Kleinste wird Y genannt. Dann gibt es noch eben Quay, Ether. Schauen wir, was es hier alles noch gibt. Es gibt hier keine Liste. Genau, Quay, die kleinste Einheit. Ether, das ist 10 hoch 18. Dann gibt es noch den Quay, das ist eine Milliarde Quay. Und eben, das ist eine Untereinheit von Ethers. Und wenn man herausfinden möchte, wie teuer dann so eine Ausführung von einem Contract ist, dann multipliziert man den Gas Amount mit eben diesem Preis. 8 Quay pro Gas und dann weiss man, wie viel man zahlen muss. Wenn man zu wenig Gas oder wenn man zu wenig Ethers mitgibt und man eben zum Beispiel eine Endlosschlaufe hat, dann wird diese Transaktion nicht ausgeführt. Der State ist wieder dann in den Ursprungszustand, wird der wieder zurückgestellt. Aber die Transaction Fees, die man mitgeschickt hat, also die Ethers, die sind dann weg. Ein wichtiger Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum ist, wie die Accounts aufgebaut sind oder wie die Blöcke aufgebaut sind. Bei Bitcoin haben wir das UTXO-Modell mit den Unspent Transaction Outputs. Und bei Ethereum, das kann man vergleichen mit einem Bank Account, Account Based. Dort hat man eine Adresse, dort hat man zum Beispiel 20 Ethers drauf. Wenn man jetzt 5 wegnimmt, dann hat man noch 15 Ethers, so wie man das bei einem Bank Account auch hat. Das ist der Unterschied zwischen Bitcoin und Ethers. Hier auf der rechten Seite Bitcoin. Man muss dann immer wieder die ganze Unspent Transaction Output ausgeben. Das heisst, wenn ich hier zum Beispiel in dieser Transaktion 25 Bitcoins als Unspent Transaction Output in meiner Transaktion drin habe, dann muss ich auch wieder 25 spenden. Wenn ich jetzt nur viel überweisen möchte, kann ich das machen. Aber die restlichen 21 muss ich dann irgendwo anders hinschicken. Das wird dann an meine Change Adresse geschickt, aber es müssen immer die ganzen 25 Bitcoins hier ausgegeben werden. Und das ist bei Ethereum nicht der Fall. Dort hat man ein Account, wenn man 25 Bitcoins erhält, 4 Ethers erhält, 4 Ethers gehen raus, dann hat dieser Account dann automatisch noch 21 Ethers. Gut, MetaMask haben wir auch schon kurz gesehen. Das ist eben unser Gateway zur Ethereum Blockchain. Und zwar ist das ein Browser-Plugin und dort kann ich aus dem Browser kann ich dann eine Verbindung zur Ethereum Blockchain herstellen. Bei MetaMask kann ich dann noch angeben, zu welcher Chain ins Mainnet, ins Testnet. Das kann ich dann alles über MetaMask angeben. Und MetaMask verwaltet meine Schlüssel. Das heisst, wenn ich MetaMask aufmache, dann habe ich dort einen oder mehrere Schlüssel. Und mit diesen Schlüsseln kann ich dann Transaktionen signieren und so entsprechend mit der Blockchain interagieren. Mit MetaMask, wenn man MetaMask installiert hat, kann man zum Beispiel mit Ethers.js darauf zugreifen. Das ist diese Library hier. Damit kann man eben dann von der Webseite mit Hilfe von MetaMask kann man dann diese Transaktionen ans Ethereum-Netzwerk schicken. Genau, das ist die Remix-Idee. Das habe ich in diesem ZKB-Talk ebenfalls erwähnt. Das ist eine Idee, die ich sehr häufig verwende. Das ist die folgende IDE hier. Hier hat man seine Contracts drin. Das ist aus dem Beispiel hier OstNFT, unser OstPunk. Und das empfehle ich auch zu verwenden. Ihr könnt natürlich auch andere Plugins verwenden für Visual Studio Code oder für IntelliJ. Sind aber nicht so mächtig wie jetzt Remix-ID, aber funktionieren natürlich auch. Dann, das ist schon wieder veraltet, weil das war letztes Jahr. RingP, das Testnetz, gibt es nicht mehr. Girlie wurde ebenfalls abgelöst. Also wir können das auch gerne anschauen. Das sieht wie folgt aus. Das gibt es nicht mehr. Das neue Testnetz heisst Sepulia. Das ist das neue Testnetzwerk. Und wenn man für dieses Testnetzwerk auch ISIS haben möchte, kann man das auch machen. Es gibt einen sogenannten Proof-of-Work-Faucet. Dort kann man hier seine Adresse eingeben und anfangen zu zeigen, hey, ich habe jetzt Rechenkapazität zur Verfügung gestellt. Ich brauche jetzt meine Testcoins. Man kann das aber auch über einen normalen, über einen anderen Faucet machen. Hier kann ich meine Adresse angeben. Ich kopiere die mal, sage, ich bin kein Roboter. Cars. Hier hat es noch Autos. Verify. Hier kann ich meine Wallet-Adresse eingeben. Und ich glaube, es ist 0,5 Ethers. Das kriegt man mit ein paar Werbeeinblendungen. Brauche ich nicht. Und das ist die Transaktion, die jetzt gerade rausgegangen ist. Und hier sollte ich dann sehen, dass ich, ja, jetzt hat es gerade gewechselt, von 7,3 auf 7,8. Also da kann man auch ohne Proof-of-Work an seine Ethers, an den Test-Ethers kommen. Wie gesagt, eben Testnetz, das ist hier nicht mehr aktuell. Ein Jahr in der Blockchain-Welt. Das ist wie in der JavaScript-Welt. Da ändert sich praktisch alles. Und genau, das gibt es auch nicht mehr. Was aber noch funktionieren sollte, ist mein Beispiel. Und zwar habe ich das kurz im Talk, im ZKB-Talk erwähnt. Jetzt schauen wir das uns im Detail an. Das ist unser Notariats-Contract. Das werde ich mal CD-Git-Clone. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. NPM-Install. Mal schauen, ob das noch funktioniert. Das ist auch letztes Jahr mit alten Versionen. Mal schauen, 19-Vosorabilities. Sollte man so sicher in der Produktion nicht mehr verwenden. Und jetzt kann ich das auch starten. Webpack. So, jetzt scheint es zu laufen. Ich musste meine Node-Version downgraden auf 16. Das geht natürlich im Challenge-Task nicht. Dort habe ich eben diese Restriction, dass man die neuesten Versionen verwenden sollte. Aber mit der Version 18 funktioniert es. Und jetzt kann ich hier die Applikation auch laufen lassen. Und hier sehen wir bereits, dass wir uns mit der Blockchain verbinden möchten. Connect. Nun bin ich connected. Was ich jetzt aber noch nicht gemacht habe, ist, ich habe diesen Contract noch nicht deployed. Das heisst, das müssen wir ebenfalls noch machen. Das machen wir am besten mit der Remix-ID. Und zwar haben wir hier den Ethereum-Contract, den Notary-Contract. Den nehme ich mal und den können wir hier newfilenotary.sol. Hier, ja, ja. Das ist eine Warnung, dass man einfach nicht mal Copy-Paste machen soll, wenn man nicht weiss, was man macht. Ich weiss, was ich mache, deshalb darf ich das. Hier brauche ich noch eine Lizenzinformation. Und jetzt kann ich das eigentlich kompilieren. Und auch auf dem neuen Testnetzwerk, auf Sepolia Connector deployen. Das machen wir jetzt. Das wird mich auch ein bisschen etwas kosten. Und zwar ist es hier schon drin. Jedes Mal, wenn man etwas speichern möchte auf der Chain, ist es relativ teuer. Das heisst, man sollte doch möglichst versuchen, effizient und nur die Daten, die tatsächlich nötig sind, auf der Chain zu speichern. Sonst zahlt man relativ viel. Für einen normalen ERC20-Transfer oder einen NFT-Transfer auf der Ethereum-Chain zahlt man so zwischen, je nach Kontrakt, zwischen einem bis fünf US-Dollar. Je nachdem, was eben noch gerechnet oder gemacht werden muss. Deswegen sind auch die Layer-2-Solutions, diese Scaling-Solutions so beliebt, weil man da die Transaktionsgebühren dann entsprechend senken kann. Gut, jetzt habe ich den Kontrakt erstellt. Das ist dieser hier. Den muss ich dann auch noch angeben. Und zwar habe ich ja hier mein Dörfer am Laufen, das 21 Ethereum. Und da muss ich in Source App View, muss ich dann sagen, zu welchem Kontrakt ich mich connecten möchte. Der hat jetzt natürlich geändert, weil er das Netzwerk geändert hat. Da gebe ich jetzt diesen Kontrakt an. Und jetzt hat er sich neu gestartet. Dass ich auf der sicheren Seite bin, mache ich lieber nochmal seinen Restart. Und jetzt eigentlich kann ich hier meine Dokumente notarisieren. Dann, die Hash, die wird auch direkt im Browser generiert. Jetzt wird noch ein Pfeiler stellen. Stop txt. Da erstelle ich jetzt irgendwie einen Text. Hallo Ost. Der hat jetzt auch eine gewisse Größe. Genau. Und den kann ich jetzt nehmen. Das sind 10 Bytes. Hier wird dann der Hash generiert. Und es wird dann ein Verify aufgerufen. Und wir sehen, hey, das ist noch nicht notarisiert, noch nicht in der Chain. Das kann ich jetzt notarisieren. Da kommt dann Metamask und dann sage ich Confirm. Und jetzt dauert es natürlich wieder diese 12 Sekunden, bis diese Transaktion dann auch tatsächlich auf der Chain ist. Und wenn die in der Chain ist, kann dann jeder, der diese Beispiel-Applikation testet, sehen, dass ich dieses Dokument zu der Blockzeit, die ich dann euch zeigen werde, dass ich Zugriff oder zumindest die Hash von diesem Dokument gekannt habe. So, jetzt haben wir es drin. Und jetzt können wir es nochmals austesten. Und zwar, ich notarisiere hier Test. Und hier sieht man Verify zu diesem Timestamp. Wenn ich jetzt ein anderes, einen anderen Text nehme, get test2, machen wir das Echo, hallo, test2, wenn ich jetzt dieses Test 2 nehme, dann sieht man wieder, okay, das wurde noch nicht notarisiert und ich kann es auch wieder notarisieren. Kommt auch wieder ein Metamask und dann wird mir dann dieser zweite Hash gespeichert. Gut, das ist das Beispiel. Könnt ihr euch gerne anschauen. Wie gesagt, ich müsste es mal updaten. Es ist hoffnungslos, vor allem mit den neuesten Libraries und Tools wird es nicht mehr funktionieren. Weil es eben auch schon zwei Jahre alt ist und in der Blockchain und auch in der JavaScript-Welt ist es zwei Jahre. Das ist ein gigantischer Sprung jeweils bei den Frameworks und bei den Tools. Deshalb funktioniert da mit diesen neuesten Versionen praktisch nichts mehr. Genau, das war es jetzt von der Repetition der Vertrehen-Systeme, wo wir uns mit Blockchain und Ethereum auseinandergesetzt haben. Das ebenfalls als Crash-Kurs, respektive im Schnelldurchgang. Wir haben zusammen mit dem ZKB-Talk und diesem Talk haben wir uns jetzt relativ viel und intensiv mit Blockchains auseinandergesetzt, sodass ihr eine Ahnung haben solltet, was mit einer Blockchain alles möglich ist, was für Use-Cases Sinn machen, dass ihr euch für den Challenge-Task hier ein bisschen besser vorbereiten könnt. Und mir ist bewusst, es ist ein Crash-Kurs. Ich habe auch sehr viele Sachen gezeigt, die noch nicht klar sind, dass man aber zuerst mal einen Überblick hat, was es alles geben könnte und dann während dieser Vorlesungsserie werden wir noch spezifisch auf ein paar Details noch eingehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.